Liebe YouTube-Zuschauer auf dem YouTube-Channel-Kanal-Live, hier ist euer Wurzel-Tommy. Heute für Sie ein Lied wieder geschrieben, das ist so ähnlich wie ich so ein paar Lieder geschrieben habe, zwei ähnliche Lieder, Autofahren, Autofahren, auch noch mit dem Sprit noch Sparren. Heute habe ich ein drittes Lied geschrieben über das Autofahren. Das geht ungefähr so, Teil 3, das Lied über das Autofahren, das Autolied. Autofahren, Autofahren, mitten auf der Autobahn, mit Führerschein, was jeder kann. Unfall, Unfall, Batsch, Beng, Bum, das Autoplech, das ist jedes Grund, wer nicht fahren kann, der bleibt halt dumm. Autofahren, Autofahren, mitten auf der Autobahn, mit Führerschein, was jeder kann. Autofahren, Autofahren, Sprit leer ausgebrannt, dann den Fahrrad fahren, ist doppelt so viel gesund. Autofahren, Autofahren, mitten auf der Autobahn, mit Führerschein, was jeder kann. Autofahren, 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 das Zug fahren, ist dann billiger so zu sagen, so wie ich es, es dann sage, mit einfachen Worten Sprit sparen. Autofahren, 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 mitten auf der Autobahn, mit Führerschein, was jeder kann. Führerschein, hin oder her, ob Autobahn oder Zug, ein Fahrrad braucht kein Sprit, glaubt es mir. Autofahren, 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 mitten auf der Autobahn, mit Führerschein, ja, was jeder kann. Autofahren, auf der sogenannten Autobahn, das was man am Jahr am schnellsten kann. Ja, aber, 2000 Kilometer Fahrrad fahren, das ist eine Kunst, glaubt es mir, so zu sagen. Autofahren, 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 auf der Autobahn, mitten auf der Autobahn, mit Führerschein, was jeder kann. Autofahren, Autofahren, mitten auf der Autobahn, mit Führerschein, was jeder kann. Das war's, ich verabschiede mich, das war, meine Hüfte, das Autolied. Ich verabschiede mich, Servus, Ciao, Wurzeltumel, bis zum nächsten Video. Servus. 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 Vielen Dank.